In den öffentlich ausgetragenen Streit zwischen Ralf und Cora Schumacher ist nun auch Sohn David involviert. Auf seine Wortmeldung reagiert Cora Prompt. Von der neuen Beziehung ihres geschiedenen Mannes will Cora Schumacher erst aus den Medien erfahren haben. Seit seinem Coming-out-Tob zwischen dem Ex-Paar ein Streit, in den auf beiden Seiten Anwälte involviert sind. Unbeteiligter Beobachter bislang, der gemeinsame Sohn David, der seit der Trennung der Eltern beim Vater lebt. Punkt Ich habe damit nichts zu tun, mir bleibt das auch nicht im Kopf hängen, sagte er im August am Rande des DTM-Rennens am Nürburgring. Doch am Freitag, 4. Oktober, platzte dem 22-Jährigen der Kragen. In einer Instagram-Story bezieht er Stellung, auch weil seine Freundin sich bedroht fühlt, seit Cora Bilder des Hauses von Ralf veröffentlicht hatte. Cora Schumacher reagiert auf Davids Instagram-Nachricht, in einem langen Text beschreibt er, wie er Cora als Kind erlebt hat, meine Mutter hatte mentale Probleme. Punkt Er spricht von ihrem Nervenzusammenbruch und Klinikaufenthalt. Punkt Eigentlich sollte das seine letzte Äußerung zu dem privaten Thema sein, aber seine Mutter reagierte umgehend auf Davids Story. Und so sah er sich zu einem weiteren Post gezwungen. Wenn die Wahrheit schmerzhaft ist, muss man leider seinem eigenen Sohn ein Anwaltsschreiben schicken, schreibt er zu der Kopie eines Auszugs aus einem Schreiben der Anwälte seiner Mutter, das ihm vorab per E-Mail zugestellt wurde. Punkt Im Dokument wird er zur Löschung seiner Instagram-Story aufgefordert, gleichzeitig wird untersagt, die Aussagen nochmals zu veröffentlichen. Cora Schumacher nach veröffentlichtem Schreiben, bringt mich an die Grenze meiner Kräfte. Nur wenig später reagiert Cora Schumacher auch auf das veröffentliche Anwaltsschreiben, welches ihr Sohn in seiner Instagram-Story gepostet hat. Punkt Auf Instagram schreibt sie, die aktuellen öffentlichen Anschuldigungen und die Hetzkampagne, die gegen mich geführt wird, um weiterhin zu schweigen, schmerzen mich sehr und bringen mich an die Grenze meiner Kräfte. Punkt Außerdem betont sie, dass die Vorwürfe ihr gegenüber Lügen seien, diese Vorwürfe sind in keinster Weise gerechtfertigt und entsprechen nicht der Wahrheit. Punkt Besonders schmerzhaft ist es, dass mir über Jahre hinweg die Möglichkeit genommen wurde, meine Wahrheit aufzuzeigen. Punkt Besonders schmerzhaft ist es, dass die Vorwürfe von der Verwürfe 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 von Untertitelung des ZDF, 2020